Ja schau, die Thermos kann von der Oma. Boah, das ist dumm. Da hat schon lange keiner mehr einen Tee gemacht. Aber wie reinigen? Einfach viel lauwarmes Wasser reinladen. Und dann am besten nehmen wir so Reinigungstabletten für den dritten Cent. Nachdem ich ja keine dritten Cent habe, gehe ich in die Apotheke und sage, ich brauche keine Tabletten für den Opa. Dann nehmen wir so eine Tablette, haut es rein, Dusch, schraubt zu, ganz fest, kräftig schütteln, einen Tag stehen lassen und es ist alles wieder picobello. Also ich meine jetzt nicht die Schuhe, sondern die Thermos kann es wieder sauber. Das war's. все,